Ja, grüß euch! Da ist wieder der Schmuck und der Porter aus dem Waldfjörn. Es ist Freitag, 21 Uhr und ich sitze da auf der Walze, um im Dynamite Offroad Park auf der Strecke noch einmal ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Bald Morgen um 13 Uhr startet der Trainingstag für die Rentraktoren. Die Rentraktoren von der Ulltimer-Weltmeisterschaft in Rheingas kommen zu uns zu Gast zum Training. Von 13 bis 18 Uhr Training und wir werden Ihnen eine lässige Strecke präsentieren und ich glaube, es wird auch mächtig Spaß machen. Ein Eintritt ist frei, also wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt bitte vorbei. Samstag, 15.07. ab 13 Uhr Training für die Rentraktoren wird sicher sehr spektakulär. Und Michi Schmidmeier, der wird auch einige Schmanker auch für uns haben. Das heißt, für schreibliche Wohl ist auch gesorgt. Also, vorbeischauen im Dynamite Offroad Park in Rapholz und ich freue mich auf morgen. Bis dann!